Anlehrung Dankeschön für die Tätnähe, zum mit Anstopp-Learn über den 2023-Programm über New Canadians Community Outreach. Ich würde gleich den Vertrag unterfahren mit mir selbst verstehen. Slide Nummer 1 Wut der Sicherheiten-Vertrag wie der Welcome-Centers Ich bin hier, um die Information zu bringen, über wo ihr Jüngt und jener Familie können sicherstellen beim Wut der Dessen Sommer. Ich wollte Ihnen diese Information auf Englisch geben. Aber ich habe auch solche Karten, die sich sicherlich haben, wie im Wut der Wut der anderen Sprachen sind. Sprachen so aus French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Hindi, Tagalog, Tamil, Urdu, Punjabi, Arabic, Farsi und Russian. Bitte, ich würde mich ein Wofaner Sprach geben, die gleiche in den Karten zu haben. Slide Nummer 2 Nureichen über Wut der Sicherheit. Während dit Poort van den Vertrag war wir vertellen über der Hauptnureichen van Wut der Sicherheit. Slide Nummer 3 Lifesaving Society Karte topgefunden, dit ist der Geschicht van Lifesaving Society, wo dit Programm handtopgestalt. Dort wart ongefangen am jahr 1908. Dort ist in Charity. Lifesaving Society die er ziel als Fährtebein durch Menschen nicht brücken verdrinken. Seitdem dit durch Programme so aus Training, Water Smart Education, Safety Management Services, Drowning Prevention Research und Lifesaving Sport. In seitdem alle Lifeguards in Kanada leren und noch erschienen geben. Slide Nummer 4 Immigrants in Kanada Ewa Enwohner Die Statistik in Kanada wiesen, dort meier von der Menschheit Enwohner sind und dort im Jahr 2021 kundert auf 25 bis 28 Prozent von der Menschheit sind von Immigrants sind. Verräter von der Tone von der Menschheit in Kanada in den Jahren 2011 bis 2016 sind Immigrants. Slide Nummer 5 Nie Kanadians seien ans Nie Kanadians hand ans gesach. Leren te schwamm in allgemeine Wutersächer hätten sind nicht port von ihrer Erfahrung gewas wo sie abgewassen sind. Und dort fehle nicht sind viel beim Wutersächer was so aus ne Lick oder Pools. Slide Nummer 6 Kanada haft Kanada es am Jef von drei März in Kanada haft meier freshet Wut aus irgendeine andere Städ in der Welt. Slide Nummer 7 Verdrinken ist ein Problem in Kanada Das ist ein Problem ist in Kanada mit Verdrinken In Kanada gleich wie Saja Sommer im gleichen Raum Wut das sein Aber jeder sind du Ramp 250 Menschen wor verdrinken ungefähr 150 das Jahr in Ontario Die Mischte Verdrinkungen gönnen fährte behen Verdrinken ist Stahl im Passiert Schwinn Slide Nummer 8 Rosette Belocco Erfahrung von ein Immigrant Hier will er künd ein Video wiesen von einer jungen Frau wo aus jungen Jahr in Kanada käme mit ihrer Familie Ich glaube die wollen ihre Geschichte ganz interessant fängen In Canada drowning is a second leading cause of death in children under the age of 10 with 2 million lakes and more fresh water than any other country in the world the climate and geography are quite an adjustment for new Canadians many new Canadians come from countries where swimming and water safety is not part of their natural experience as a first generation Canadian this was the case for my family and I when we migrated from Central Africa to Canada we were a family of six including four children and like most families settling to a new country water safety wasn't on our minds we didn't realize how important it is to know how to swim 10 years ago while swimming with friends in the Ottawa river at the age of 15 my brother drowned he was not a strong swimmer but he wanted to be with his friends and this was a devastating loss for our family I tell this story in hopes that you will go to your local pool and learn how to swim learning how to swim is a life skill and it's never too late to learn thank you when a person to drink fall and they can not tell or love you can they can not have fun a person can a little water drink and a cart to eat so as as can do you can not hear people not have fun or with the hands because they can not have got water and can not not tell slide number 10 for drink happens usually un unexpected on here is a picture of a clean child who is about three years old is you have a pot but not more are put and up up and in this fall know what do that can be water we feel more plenty person be water to see and am felt they or host they as the water diaper as the gedacht to or slide number 11 where is in you for where drink 77% of mana 30% when the new I want information to on about drinking in Canada from Ontario the most people are drinking from mana from 77% of mana being in the world of mana more out of water I want to tell in the next part slide number 12 the most people are drinking from mana I thought this picture would have seen where the percent of mana greater is slide number 13 mana from all else they will have to to the swamp and boat for all other groups give them easier to you for n 65 years in all is the highest group of the three now 50 by 60 and the last 20 by 34 years that last is a group of 20 by 40 years but there can also other man are so as you know that picture of the moon in pool that you have can Canadians besonders man gleichen mit ein boat to for and later sind du durch maja mo menschen bot verdrinken down slide nummer 14 Kenya und ja fief johr sind an johr dey sind nie schädig seien nicht johr en welhn johr bin wo da sein dey verdrinken gewöhnlich ene boot von oder am pool slide nummer 15 wann naja passiert det dot mierste wann naja 45% von verdrinken passiert vorm mär bat september wann naja passieren de mierste anfahle wo menschen verdrinken dort es nicht im wundren dort die mierste passieren en de wormeren monaten eu vier zwei drittel von alle anfahle passieren zwischen mär und september slide nummer saßtien wo passiert dort op mierste wo wie licken oder puddles 3 40% riefasch 21% wo wohn saßtien prozent pool 12% ab städten wo lifeguards sind 1% dit bild wie sonst wo menschen verdrinken en ontario so os gie kenne sein die märste menschen verdrinken an ontario bi licken oder pools en od bi rifasch 3 viertel van alle wort an ontario verdrinken passiert ab diese städten nur dem es dort en bud wohnen en nudem bi de pools moi kink dort do bloß 1% passiert ab städten wo du lifeguards sind en andere wird die sächaste städt tum lifeguards sind wo du wen ja aus 1% verdrinken slide nummer 17 wo deuten de os de verdrinken bim wuta 28% met im boot 21% nicht ab wuta 18% boat 54% canoe 24% kayak 8% so wo deuten de oder ab wovon es stehen willen de en Ontario aus de verdrinken nummer 1% aquatics oder schwamm dit sind dinge wo menschen van olle ellers glechen king in der wasne mana in frühes non aquatic mit menschen wo du am wuta nen fallen wo nicht geplant hoden am wuta te sen vielleicht sind sie am wuta nen gefallen vielleicht sind sie du nen gerutsch in ein kind es vielleicht im pool nen gong oder ein pudel onens tot de äldren wissen wo sie wiren tot nächstes ein anfahle beim boot am mischen boots wird einen motorhahn in nur dem canoes slide nummer 18 schwammen boaten in einem wut der vorn mana frühes äldre und ging menschen verdrinken passierte menschen von aller ellers ab verschiedenen städten slide nummer 19 tieren life saving society research with new canadians hier sind wort statistics von the life saving society research with new canadians nene 70% von new canadians plunen wie wuter oder em wuter te sen im sommer 57% plunen tem hanen warermol oder ok ferng te schwamm 31% plunen ferng met in boat te for slide nummer 20 research with new canadians 92% gleifen dot schwamm te can as what night get 93% gleifen dot olle kinga solle leeren vuter schwamm initial slide nummer 22 or what fan canadian tweens of bet viert josh what ni sen an canada sen fief mu me so me lig dot se nich ken schwamm os andre an ere klaus vot sen an canada je buren 73% vot ken schwamm han dot an canada je leert en viert vot zahen se ken schwamm zahen ob dot se nich buren den standard merken van 93% merken met wie aktivitäten vot met wut dat de don hat oind in fief sein dot se nich ken schwamm zo 17% gegen 3% van die vot in kanada je bohlen sen ni canadiens tweens sen en grad rege vor van vertreten auf bet viert josh vot ni sen in kanada sen fief mu me so me lik dot se nich chan schwamm aus on wat sen an kanada je bohlen 73% vot ken schwamm han tot an kanada je liet en fidel wat se ken schwamm se en ob dat se nich wohen den standard merken van swim to survive 93% merken met wie aktivitäten vot met wut dat te don hand 1 en fief se ain tot se nich ken schwamm zo 17% gen 3% van de wat an kanada geboren san slide nummer 23% so wat weet wie nu wie weet en dot verdrengen pis jit stel en schwamm mana jonge kinga en teens san en jratre je vor nie canadien san en jratre je vor jonge kinga glechen bim wuter te zan ober ken sig selb nich bes chytzen teens en jonge erwasne satan sig leech da en je vor en op gons wichtigste mees ole falle wo jonge verdronken es hod kun feje beoen worden slide nummer 24 de jonge ideen tum sich zacher heulen bim wo ta nu wo ek vertellen erwaar wo wie dat kan ver bien en op gewesse tips geven wo sich zacher te heulen bim wo ta zodat jie en june familie ken zacher zijn ek wo vertellen erwa verdrengen op verschiene steden en verschiene erlas gruppen en wo sich zacher te heulen slide nummer 25 grad rige voraes zijn ken onja vief jor oud fangen vi on met deze jonge ken en de budworn voor ken onja een jor oud passiert tot om merschen dat ze een budworn verdrengen weg deze jonge ken nog moj ruts on fang te goon kan ze zich niet abbrech halen een budworn en du wien kan ze niet nu zich zelfs apposen om onfang van deze verdrag redakt du van tot anfall van verdrengen passieren stel en kon een wenje se kunnen zijn dit mojt dat du maats zich bij een zijn bij mwot zo du best een lifeguard du maats zo dicht bij blijven dat du koos met dien oom nu een reken en du maats die u en hand de goons het tijd vo ze leidersing zolang was die uan ab een zijn er kon dit niet genoog zijn do niet dien kind alleen lot een bood won niet mol voor een sekund slide nummer sazen 20 kenja en pools alle erlaas van kenja gleichen gier bied wo dat te zijn verfehle als dat die staat wo zij om glacklijk zijn zijn aan zo arbet als äldren in wat nu kenja is dat we kontrol han even wuj kenja bied bied ken we luten en niet dicht bied bied wat we is bied zijn wanne je een na pool han to is dan merk zeker dat die dat wude door ruit luten wanne die niet gebruikt wordt en dan even kap stalen en wanne dat een grater pool is dan kon du als grenz een fence or na poed tram zijn over bloes wegen dat du is moet niet dat het zeker is maar dat meinek merkt zeker dat de poed toe is en oktober gesloten is vele king van gieren bloes heran en een wouter nemen die hant niet angst die orbeid is zeker te man dat de king bloes dan bin wouter zijn want die ook du bes en op bild met din met ihr arm nu dat je treten kan wanneer een poel hand is merkt zeker dat de goed beschidigt is met poed fans slat alarm en sensors slide nummer 27 verdreken passeert en sekunden dat dit bloes sekunden tom verdreken pas emma nu die kind op bin wouter loet king je keumel online bin wouter slide nummer 28 dich blieb so dich bie die king dot die kos met dien oam en und schier king so ne schwamm was han nicht water wings blieb so dich bie die king dot die kos met dien oam en und schier ik wil vertellen over den ungescheid van spilt dich en ding wo ken en leven raden van dat keem de king ek do se to ruden ene schwamm was og water wings met bring for diesen pfairdrag tim wiesen wo de ungescheid es de ungescheid tveschen ein spilt dich besondas water wings en de juf met disse disse don nicht den kap en long en buva wutah huln de ken leeg ladig woren en jeven äldren ne folsche versicherung gegen ne schwamm was wat haupt tim en leven raden en schwamm was wat tot gesech buva wutah huln wat nich roh fritschen en es gemerkt tim ent besitzen hier kost die äldren dot wiesen dot du ein sadel en schwamm was es wat du sag tot dit van transport canada der regierung gaut gehäuten es slide nummer 29 äldren met kenja unja fief jura hier es ein bild van de water smart tip kord wat du viel van de information buven haf vor de gruz van jure ta wie han disse en och feia under korden en dich äldren van kenja van fief bet walf jura nu hier sen wat water smart tips ver äldren wat kenja han tweschen fief bet walf jura van de kenge ook äldre woren en sego van ze ook ol han geliet te schwam es tot wichtig dot die nich nu luten in so denken de bruggen nicht maja ewa sech ze bruggen ein erwasnen wat nu ent appos ein erwasne soll emma nu ent apposen ab alle stehden wo nich ein lifeguard es dot es dot paste ent danach te beobachten wan ze am pool san wan du ein lifeguard es so go wan ze go elt genugh san dot du nich mat ein erwasnen ram ent san dot emma ein erwasnen un staun wat du wat apposen dot es leichte denken wan je bidelig or am pool san dot und re äldren over nu de king kicken merk secha tot du jem und ungestalt es wat nu din kind wot apposen van die du nich baas en wan met im boot gefort wort solen alle erwasne so os o king a ne schwamm was on han slide nummer ein dardig de sechaste stehden tem schwamm sehn stehden wude lifeguard sehn so os olje sech de sechaste stehden tem schwamm sehn stehden wude lifeguard sehn en ag rood se et tot dot wan jene familie nich gaut schwamm kon oder e verhebs nich dot die dan ab ne städ vorn schwamm wude lifeguard sehn slide nummer twoyen dardig alle kanadians sollen lehren te schwamm schriev dine kenja an wann du woren lektionen ungebuden bi den lokalen pool oder schriev en bi de folgende programe an swim to survive for grade three students swim to survive for grade seven students adult lessons family swim to survive slide nummer treu indardig swim to survive video nu war wie ans hier ein video unkeken von swim to survive wo du wiesen dat wo dich schäler wollen lehren und wo wichtig dort ist Dinge to lehren a tragedy can happen in seconds it didn't happen here because he knew how to swim to survive the swim to survive program was developed by the life saving society a national charitable organization working to prevent drowning and water related injury the society swim to survive program teaches the three basic skills needed to survive an unexpected fall into deep water the first swim to survive skill is a roll into deep water a fall into water is disorienting and a threat to normal breathing this roll simulates a fall and teaches children how to orient themselves at the surface after an unexpected entry initially instructors teach participants to crouch at pool side with feet at the edge they cover the backs of their heads with their hands and tuck chin to chest with elbows close to the body with a deep breath the children roll into the water away from the pool side when they surface the children lift their heads to take a breath and return to the side of the pool the second swim to survive skill is to tread water for one minute the ability to tread water allows children to support themselves at the surface they can protect their airway while regaining control of their breathing and taking time to decide what to do next at first the children practice in chest deep water their hands and arms sweep back and forth just below the surface then they move into deeper water and use their arms and legs together the third swim to survive skill is a 50 meter swim to safety the instructor directs the children to enter waist deep water maneuver into a horizontal body position either on their front or back with their head in or out of the water whichever they feel most comfortable with the children propel themselves forward using any method they like any stroke any kick is acceptable it's not about style it's all about going the distance once the children have mastered each of the three swim to survive skills they put them together in sequence just like it might be needed in real life together the three skills prepare a child to survive an unexpected fall into deep water an important first step to being safe around water all children should learn to swim the life saving society strongly encourages parents to enroll their children in swimming lessons if every child learned to swim or at least learned how to swim to survive the number of drownings could be dramatically reduced for more information on swim to survive visit your local pool or go to lifesaving society dot com to Slide Nummer 4 Älteren Mädchen von 5 bis 12 Jahren Hier ist noch ein Bild von einer Water Smart Tip Court, wo du ein Teil von der Information buchen hast, wo ich kurz von dir redet hab. Sie sind alle teilen ab 12 verschiedene Sprachen. Slide Nummer 5 Das ist ein wichtiger Abruf für uns alle, besonders älteren mit jungen Künger beim Buta. Research wie es uns dort wie uns können bloß auf ein Ding auf einmal konzentrieren. Verdrängen passiert schnell und schnell. Wenn du und ihn fuhren bist, kostet die Erd nicht sein und wahrscheinlich wurscht die Erd dann auch nicht hier. Slide Nummer 6 Sieht nicht alle, was aufgelungen sind. Leid ihn von Todesid. Slide Nummer 7 Sieht nicht alle, was aufgelungen sind. Hier ist der Kort von Water Smart Tip, wo diesen Punkt klar mehr. Slide Nummer 8 Schwammwassen für die ganze Familie. Als Nächste war wie vom Vertellen, wo wichtig dort ist, dass die ganze Familie Schwammwassen hat. Slide Nummer 9 Drittlich Woran ne Schwammwassen hat. Zu woran soll mo' ne Schwammwassen haben. Dort hälttet ihr sech buwe Wutter, sodat die Person kon' lauft tue. Du wurscht nicht die dan eine Onte tragen, wann die waard am Wutter nenngeschmetten. Alle junge Künger in Personen woit nicht goet Schwamm oder eberhebbs nicht kenn Schwamm, sollen ne Schwammwassen haben wie im Schwamm. Slide Nummer 40 Hier ist der Kort von WaterSmartTip, dem eine Schwammwass üt wählen. Slide Nummer 41 Die Worte nicht schoffen, wann du dich nicht ohnehast. Slide Nummer 42 Sicher hätten etwa kaltes Wutte. Kaltes Wutte kann gefährlich sein. Das Mischte Wutte in Kanada erlitten in Riefas, es sei ja kalt, sogar im Sommer. Eine Schwammwass ohnehast, wird hopen, dass du überlebst, wann du anverhafts im kaltes Wutte nennenfällst. Eine Schwammwass geeft die Meier, die zum Gerät war. Slide Nummer 43 Sicher hätten etwa kaltes Wutte. Hier ist der Kort von WaterSmartTips über sicher hätten von kaltes Wutte. Slide Nummer 45 Verdrinkungen können vergebäunen wollen. Aus Töpfwutung hier sind Wutte von den Hauptpunkten von diesem Vertrag. Bitte ein Held am Ding, dass Verdrinkungen können vergebäunen wollen. Blieb dich wie die Känge von deinem Wutte sind. Känge in Personen, die nicht Schwamm kennen, sollen eine Schwammwass haben beim Schwamm. Allem und sollen eine Schwammwass haben ab dem Boot. Und noch ganz wichtigste Lieren Wutte Schwamm. Slide Nummer 46 Für dich Frauen Hei ich noch irgendeine Frauen? Dankeschön für den Titel und die mit Anstophie Lieren über Wutte sicher hätten. Wer von Wutte Chao ist ein Ja